Musik Und wo ist der Underground? Seht man gar nicht so viel mehr tun. Das ist ja alles für uns. Das ist ja nicht gut. Wir befinden uns auf der Kunstmesse, einer kommerziellen Veranstaltung, wo Kunst verkauft wird. Musik Es geht hier um Geld, es geht hier um Kunstwerke, die für einen Markt produziert werden. Und da fällt auch einiges durch den Raster. Musik Wir beschweren uns auch gegen diese Veranstaltung, wo es um Partys geht, wo es um Oberflächen geht, wo der Underground liegen bleibt. Musik Der Beschwerdechor ist eigentlich, ist es als Ventil für die Wiener, ihren Unmut, ihre Beschwerden des Alltags irgendwo zu deponieren auf der Homepage. Und das wird von uns vertextet und vertont und dann eben guerillaartig in der Stadt wieder aufgeführt. Musik Der Beschwerden des Alltags Der Beschwerden des Alltags Der Beschwerden des Alltags